Qualität in einer immer schneller werdenden Welt zu entwickeln und zu produzieren bedeutet auch in der Produktion Grenzen zu verschieben, eigene Maßstäbe zu definieren, die über das herkömmliche hinausgehen. Alles beginnt bei der Supply Chain. Sie ist der Taktgeber unserer Produktion und sorgt mit automatisierten Prozessen dafür, dass wir unserem Qualitätsanspruch jederzeit gerecht werden. Eine flexible Produktion und schlussendlich das nahtlose Zusammenwirken aller Unternehmensbereiche ermöglichen optimale Lieferzeiten und zufriedene Kunden. Das Herzstück der Fronius Produkte ist die innovative Elektronik aus eigener Forschung und Entwicklung. Sie sorgt dafür, dass unsere Produkte immer und überall zuverlässig und präzise ihre volle Leistung erbringen. Fronius produziert am Standort Satellet sämtliche elektrischen Baugruppen für die Fertigungsstandorte weltweit. Auch hier ist der Anspruch an bedingungslose Qualität der Antrieb unseres Handelns. Möglich wird dies durch modernste Fertigungstechnologien, die speziell für unsere Anforderungen adaptiert wurden. Eine permanente Qualitätskontrolle und eine spezielle Lackierung, um die Elektronikbauteile vor Schmutz und Korrosion zu schützen. Nur so sind Fronius Systeme in allen Klimazonen einsetzbar und funktionieren auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen immer perfekt. Wer Unmögliches möglich machen will, muss auch die Details und Kleinigkeiten im Blick und unter Kontrolle haben. In der Kabelkonfektionierung wird auftragsbezogen für den Zuschnitt, das Krimpen und das Prüfen jener Ladeleitungen, Massekabeln und Steuerleitungen gesorgt, die für unsere Produkte benötigt werden. Ein Fronius Produkt besticht nicht nur durch die technischen Spitzenwerte. Schon bei der modernen Metallbearbeitung zeigt sich der Anspruch, Standards neu zu definieren. Von der modernsten Dreh- und Frästechnik über punktgenaue Messtechnik bis hin zur Biegetechnik und hochwertigen Oberflächentechnik zählt nichts als höchste Präzision. Arbeitsschritt für Arbeitsschritt, Stück für Stück. Seit 1950 entwickeln wir innovative Schweißtechnologien und sind im Bereich Schweißtechnik weltweit Technologieführer und Marktführer in Europa. Unser Ziel ist, die DNA des Lichtbogens zu entschlüsseln. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unmögliche Schweißverbindungen möglich zu machen. Fronius ist Know-how-Führer im Bereich Laden von Antriebs- und Starterbatterien. Als Systemanbieter in der Intralogistik kümmern wir uns um die Energieflussoptimierung bei Elektroflurförderzeugen. Mit Automobilherstellern entwickeln wir Batterieladesysteme für Kfz-Werkstätten. Regenerative Energie mit maximaler Wirtschaftlichkeit nutzen und so Energieunabhängigkeit schaffen. Das ist unser Ziel in der Sparte Solar Energy. Unsere Vision ist es, in Zukunft eine ganzjährige autonome Energieversorgung sicherzustellen. Basis hierfür sind unsere effizienten Photovoltaik-, Wechselrichter- und Speichersysteme zur Optimierung der Energieerträge. In puncto Qualität kann man es nie zu genau nehmen. Erst die Summe der einzelnen Kontrollmaßnahmen in der Produktion erzeugt jene Wertarbeit, für die wir weltweit stehen. Unser Qualitätsmanagement garantiert Schritt für Schritt, dass alles konform zum Auftrag ausgeführt ist und unseren hohen Ansprüchen entspricht. Lange bevor Produkte von Fronius ihre Qualität im realen Einsatz beweisen dürfen, wurden sie bereits hinter verschlossenen Türen bis ins letzte Detail auf ihre Einsatztauglichkeit geprüft. Und das über die Normvorgaben und Standards hinaus. Erst wenn unsere Produkte alle von uns definierten Härtetests mit Bravour bestanden haben, sind wir von Fronius zufrieden. Denn nicht umsonst heißt unser Motto Shifting the Limits. Unsere Vision lautet 24 Stunden Sonne. Diese stellt die Zukunft der Energieversorgung in den nächsten Jahrzehnten dar und umfasst eine Kombination aller erneuerbaren Energien. Die Basis bildet die Speicherung der überschüssigen Energie. Kurzzeitig ermöglichen das Batterien. Um künftig auch langfristige Energiespeicherung möglich zu machen, beschäftigt sich Fronius intensiv mit dem Thema Wasserstoff. Die Zukunft beginnt jetzt. Jeden Augenblick, der an uns vorüberzieht. Darum suchen wir immer junge, begeisterungsfähige Menschen, die ihre Zukunft in die Hand nehmen und gemeinsam mit uns Grenzen verschieben wollen. Sie sehen, bei Fronius ist Qualität mehr als nur ein Wort. Qualität ist für uns gelebte und produzierte Wirklichkeit, die uns erlaubt, innovative Lösungen zu entwickeln, die am Ende in bessere und nachhaltigere Produkte münden. Innovation ist dabei der Motor und Fronius Qualität die Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit. Heute, morgen, übermorgen.